Digital und Binnen differenziert. Das Potenzial digital gestufter Lernhilfen für den Biologieunterricht. Herzlich willkommen zum Basismodul Theoretische Grundlagen. Für dieses Modul können Sie ungefähr 20 Minuten Zeit einplanen. Das Modul besteht aus drei Videos sowie einer Sammlung hilfreicher Literaturempfehlungen und Linktipps. Hey! Was erwartet Sie in diesem Video? Im Video zu Heterogenität und Binnendifferenzierung soll es um die Begriffsdefinitionen und Dimensionen von Heterogenität gehen, wie wir damit umgehen und welche Arten der Differenzierung sich finden lassen. Frau Professor Neumann wird Ihnen dazu die Grundlagen erläutern. SchülerInnen unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht. Soziale Hintergründe, Alter, Familienstand, kulturelle Einflüsse und Erfahrungen sowie Wertvorstellungen sind nur einige Beispiele. Darüber hinaus gibt es Unterschiede in kognitiven Fähigkeiten und Kompetenzen, die sich direkt auf ihre Lernleistung und Erwartungen an die Schule auswirken. Auch motivationale Ausgangslagen wie Interesse und Motivation variieren stark zwischen den Lernenden. Diese Heterogenitätsdimensionen sind miteinander verknüpft. So kann der soziodemografische Hintergrund beispielsweise die Motivationslage beeinflussen, während motivationale und kognitive Faktoren die Lernweisen und den Einsatz von Lernstrategien prägen. Was stellen Sie sich denn unter Heterogenitätsdimensionen vor? Welche kennen Sie? Im schulischen Kontext stehen Lehrkräfte oft vor der Herausforderung, curriculare Vorgaben und Bildungsziele mit den Bedürfnissen einer heterogenen Lerngruppe in Einklang zu bringen. Hier entsteht eine Lücke ein, Gap, zwischen den heterogenen Bedürfnissen und den festgelegten Lehrplänen. Um diese Lücke zu schließen, sind Maßnahmen der Differenzierung unerlässlich. Zu den fächerspezifischen Anforderungen und überfachlichen Anforderungen kommen, speziell in den Naturwissenschaften, Anforderungen einer spezifischen Aufgabe hinzu. Besonders komplexe Aufgabenstellungen wie das Experimentieren stellen eine heterogene Schülerschaft vor Herausforderungen. Wie Sie sehen, ist die Heterogenität in Lerngruppen keine geringe Herausforderung und es bedarf Kreativität und eine Methodenvielfalt, um dieser entgegenzukommen. Differenzierung kann auf zwei Arten erfolgen, äußere und innere. Bei der äußeren Differenzierung werden Lernende nach bestimmten Kriterien in möglichst homogene Gruppen eingeteilt. Die innere Differenzierung hingegen verwendet verschiedene Lernarrangements und Methoden, um individuelle Lernwege zu ermöglichen und so den Lernerfolg aller SchülerInnen zu optimieren. Wie können wir also im Unterricht eine Lerngruppe differenzieren, wenn diese sehr heterogen ist? Sollen alle die identische Aufgabe bearbeiten, kann innerhalb der Lerngruppe durch unterschiedliche Sozialformen wie Einzelarbeit, Partnerarbeit oder Gruppenarbeit differenziert werden, in denen verschiedene kooperative Methoden implementiert werden. Häufig genutzt wird die Placement-Methode, Think-Pair-Share oder das Lerntempo-Duett. Auch können weitere Helfersysteme und Materialien wie Tipps, Hilfekarten oder Zusatzmaterialien zum Verständnis und zur weiteren Vertiefung beitragen. Sollen die Aufgaben an sich differenziert werden, können beispielsweise verschiedene Schwierigkeitsgrade der Aufgabe angeboten werden. Auch können Standards oder Lernziele differenziert werden, sodass SchülerInnen je nach Kenntnisstand verschiedene Lernziele entwickeln. Eine weitere Möglichkeit ist das Differenzieren der Bearbeitungsformen oder der Methodik einer Aufgabe, sodass auch dort die Komplexität der Aufgabe variiert werden kann. Ein möglicher Ansatz ist auch die Themenwahl freizustellen, sodass SchülerInnen das Thema der Aufgabe wählen können und so ihr Interesse an der Aufgabe gesteigert ist, was möglicherweise zu einem erhöhten Lernerfolg führen kann. Ein spezieller Ansatz hierbei ist die Verwendung von Scaffolds, also gestuften Lernhilfen, die während der Bearbeitung komplexer Aufgaben unterstützend eingesetzt werden. Hierzu gibt es in den folgenden Modulen und Lernvideos eine Menge weiterer Informationen. Was haben wir in diesem Video gelernt? Wir haben verschiedene Heterogenitätsdimensionen kennengelernt und wie die Heterogenität der Lerngruppen mit den fachspezifischen Arbeitsweisen kollidieren kann. Zum Schluss haben wir Möglichkeiten zur inneren und äußeren Differenzierung gesehen und wie gestufte Lernhilfen im Ausblick uns unterstützen können. Jetzt haben Sie einen ersten Einblick in den Umgang mit Heterogenität und Differenzierung im Schulunterricht erhalten. Als nächstes folgt ein Video zur Konzeption gestufter Lernhilfen. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg bei dieser Fortbildung.